Hallo lieben Leute, ja, ja, ich habe sehr, sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, dass angeblich so ein Werwolf in Wetted Redemption vorhanden sein soll. Und ja, es gibt halt einige Fotos, oder beziehungsweise zwei Fotos gibt's, die im Internet, die man sich halt anschauen kann. Ich zeige euch einmal die Fotos, links und rechts, wie ihr sehen könnt. Ja, das ist angeblich so ein Gerücht. Wir werden jetzt suchen, diesen Werwolf zu finden. Offenlich schaffen wir das natürlich. Wenn nicht, dann müssen wir das in mehrere Videos halt reinpacken. Okay, das sieht nicht mal wie ein Werwolf aus, das ist eher ein Bär. Ah, wo zähl ich denn? Oho, da kommt noch mehr. Boah, ne ganze Familie, oder was? Uh. Ja, da habe ich dich was. Noch mehr? Ja, da hinten ist einer. Boah! Weg, weg! Boah! Ja, wir machen uns gerade auf die Suche nach einem Bär auf, aber wir werden gerade von ein paar, oder besser gesagt von vielen Bären hier abgelenkt. Oho, da kommt noch mehr, ey, das ist gesächtlich. Oh, nein! Nein! Steh auf, steh auf! Der lebt immer noch, willst du mich verarschen, Alter? Oho, der lebt uns was. Nein, Alter! Boah, der lebt immer noch. Ey, was ist das, Alter, der will nicht abkratzen. Bist du auf Droge, oder sowas, ey? Ja, endlich. Boah, wie viele Bären, ey? Ja, das ist jetzt nicht unser Ziel, aber... Man kann ja nichts machen. Oho, komm mal rein, ey. Oh, ja, diese Schroffente, die ist jetzt nicht so geeignet dafür. Let's go! Let's go! Ja, ey, nochmal. Ja, das ist... Angeblich soll der Wehrwuch halt sehr, sehr schnell sein. Ähm, jetzt nicht so langsam. Und der soll sehr, sehr stark sein, also mit einem Schlag soll er direkt den Spieler ins Jenseins befördern. Aber muss ja jetzt sehr aufpassen. Ja, da sind Wildschweine. Ähm, wir hoffen mal, dass wir eins finden, halt. Ja. Ja, ich will jetzt nicht jagen. Aber dies geschieht nur halt im Singleplayer, nicht im Multiplayer, sondern... ...nur in der Einzelspielerkampagne, halt. Kann man diesen Wehrwuch finden. Falls das natürlich auch stimmt. Ist halt jetzt nur so ein Gerücht. Was ist das da hinten? Ja, und der soll sich halt in dieser Gegend befinden, also in den Wäldern. Ein Tal, Tal, Trees, Trolls, oder ja, keine Ahnung, wie der Platz nochmal ist. Und was gibt's hier? Ja, nichts Besonderes. Und, äh, es muss nachts sein, ist ja klar, ne? Vollmond. Der hat mir immer nur eine Idee. Willst du Stress haben? Ja, ja. Ich hab dich gewarnt. Ähm... Wo bist du? 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 Ja, nur Koyoten. Werwolf, werwolf, werwolf. Komm zu Papa. Komm schon, schlauze. Ähm, naja, bis jetzt sieht's echt schlecht aus, kann man sagen. Okay, hier ist es ein bisschen zu ruhig. Keine Tiere. Okay, da ist ein Meer. Bäm. Was ist das? Wölfe? Ich will nicht deine Kinder haben, ich will dich haben. Wo ist euer Papa? Oh. Nein, 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 weg da. Jetzt komm, jetzt. Mach hin, ey. Jetzt haut ihr ab, was? Oh, da kommt der nächste, Alter, der Bär. Was macht der denn für komische Bewegungen? Guck mal, Alter, der will nicht abkratzen. Wohohoho. Weg. Nein, nicht sterben mehr auf, bitte. Nein, Alter. Ey, das ist uns echt misslungen, ey. Mann. Wir sind auf der Suche nach einem Wehrwolf und werden von komischen Tieren da angegriffen. Von hässlichen Viechern. Ist das ein Wehrwolf? Komm. Komm. Ah, das ist ein Wildschwein. Boah. Alter, du hässliches Vieh. Komm her. Ja, ein Bär. Also derjenige, der so einen Wehrwolf zu sehen bekommen hat, hat... Nach einer Sekunde hat er mich schon schnell erledigt. Er soll sehr, sehr stark sein. Nein, angeblich. Ob das jetzt wahr ist, das ist fragwürdig. Aber falls so ein Wehrwolf halt vorhanden ist, ich werde es natürlich euch zeigen. Ich werde versuchen, das alles halt aufzunehmen. Falls ich mal so ein Vieh zu sehen bekomme. Äh, bekomme halt. Also bis jetzt. Hm. Hm. Und was ist eure Meinung dazu? Also glaubt ihr daran oder ist das nur frei erfunden? Aber die Bilder, die zeigen schon, dass das sein könnte. Also die sehen schon sehr, sehr echt aus. Sieht nicht so wie ein Fake aus, weil das ist ja halt aufgenommen. Und das sieht ja auch echt aus. Also nichts bearbeitet oder so. Ja, hier sind Mehrwürfe. Wir wollen aber einen Wehrwolf. Das war Zagtoni mit Auf der Suche nach einem Wehrwolf. Leider ohne Erfolg. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein.